Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Brawlands 2, mit Bubbles. Sprachenlernen. Moin, moin, moin. Ja, wir haben viel zu viel Geld, darum müssen wir was ändern. Ja, ich habe viel Geld. Und wird schon wieder von so einem kleinen Wichser mit Iroquies und Sonnenbrillet belästigt. Was will der Giftzwerg, Alter? Ah, nee. Du bist gar nicht groß genug, überhaupt mitspielen zu dürfen. Was machst du hier? Vielleicht wollt ihr euch bei den Zimmer teilen. Kleiner Hurensohn, nee, auf gar keinen Fall. Iridium. Aha, siehst du? Genau deswegen stehen wir hier, nämlich. Wie er dich anguckt, wie er dich fixiert, Alter. Ja, ich glaube, der will Waffen schnorren oder so. Wenn er mich so blöd anguckt, schieße ich ihm ein... Ah, jetzt rennt er weg, besser als so. Ich bin nämlich in seine dumme Hackfresse geschossen. Was soll denn das, ey? Ja, wie viel Iridium habe ich eigentlich. Oh, ich habe eine Belohnung. Ähm, Kämpfe um mein Leben, 17, ja auch gut, das. Drück mal Tab, vielleicht bekommt ihr auch eine Belohnung. Ähm, nee. Oh ja, achso, okay. Da habe ich es ja vergessen. Jetzt sind wir wohl sicher. Wahrscheinlich. Habe ich noch Badest Tokens? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe gar nichts mehr. Äh, äh, äh. Ah, ist hier noch Badest Tokens? Ja, stimmt. Warte mal. Ich habe die Schnalle ausgegeben. Ich habe 15 Stück. 15? Alter, ja, dann deck mal los. Elementar Effekt. Ich kann auch einen Unterschied machen. Ähm, ähm. Lade... ...Bzögerung, gut. Äh, äh. Rückschussdämpfung, ja. Schalt, schild Ladegeschwindigkeit, ja. Garnat schon. Kann das alles nicht mehr. Ja, aber ich mal ein Kud. Oh, ich bin... Batsch, ey, sag dir die Lade ist nicht. Wo ist meine Bräumen? Okay. Bist zufrieden, ja? Ja. Sehr schön, das freut mich. Ach, gönn doch, du Huren, alter. Alter, wenn es jetzt wieder eine Folge wird, ne, dann hat mich nachher wieder das Problem, den schassenden Titel zu finden, den wir noch nicht genutzt haben. Keine Ahnung, die letzte, die letzte... Ah, Iridium, die letzte Casino-Runde oder irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. Sei kreativ, mein Sohn. Krieg ich einen Unterhalt, wenn du mein... Oh! Mann, das wär schön gewesen. Ja. Unterhalt wär schön gewesen, ne, stimmt. Dann zahlst du mir dann was? Ach, unter... Ne, ich zahl dir... Hä? Weil ihr meinen Sohn sagt... Ich zahl dir nichts. Ach so, ne, das kannst du komplett vergessen. Scheiße. Ach, Arschlecken, alter. Also, ich würde nicht irgendwie zu meinem Kind gehen und sagen, ich bin dein Vater, alter. Ich hab keinen Bock, unterhalt zu zahlen. Nein, ich... Dann würde ich schon nicht mal... Oh Gott. Bombe! Sind die Bomben stärker geworden? Ich weiß, das letzte Mal, als wir hier waren, hat die nicht mal ganz mein Schild geknackt. Jetzt hab ich sogar ein bisschen Lebensenergie verloren. Was soll das denn, alter? Das grüne Shotgun. Kann sein. Ich mein, Geld wird auch, was man nutzen muss. Ich war so begeistert von... Oh. Mh, Raketenwerfer mit Feuer. Willst du den haben? Ähm... Hab ich auch einen Raketenwerfer noch? Ich glaub ja. Wie viel hat der? Bombe! 8000. 8000 gegen Dexhausen. Ja, okay. Danke. Jo, gerne. Äh, dann machen wir hier kein Sternchen. Wo ist die andere? Die 8000er, dann macht aller Sternchen. Genau. Sternchen muss hin. Ah, Chapter 7. Na geil. Kirschen. Kirschmarmeladen. Kirschmarmeladen. Naja, wenn ich das Borderline-Symbol sehe, weiß ich wieso schon als nix wird. Daaa... So viel Glück, so viel Glück krieg ich nicht. So viel Glück ist mir nicht vergönnt. Weiße SMG, danke. Die hab ich gebraucht. Das ist es. Ja, was sind wir bei der Mauskarte los? Oh, Iridium. Naja, scheiße. Ich werd mal kurz meine Maus einmal ins Kabel anschließen. Ich hab so das Gefühl da grad so leichte Mikroabbrüche. Bisschen nervig das Ganze. Sehr effektiv gegen Fleisch. Ich mag aber Fleisch. Was soll denn das? Ich hab aber auch fleischiges Bratwurst. Bratwurst. Bratwurst, jawoll. Jawoll! Ah, also sorry. Jetzt hab ich dann... Der hat mich auch für die geklaut. Woll ich gar nicht. Woll ich dir wiedergeben, oder? War das so? Weiße. Weiße, die weiße Waffe dann. Nö, ach, alles gut. Behalte die ruhig. Weil ich finde das gut, dass ich so einen langen Arm hab, dass ich von hier nach da greifen kann. Aber okay. Ist schon erstaunlich. Oh ne. Ich fühl den Schmerz. Leben ist Schmerz, mein Sohn. Selbst so weit hinten hat es mir noch fast mein ganzes Schild weggefetzt. Was soll denn das? Was ist denn da für ein Schild, sag mal? 3600er? Ist das ja irgendwie so ein 1-Euro-Schild, oder wie? Ach, deine... Deine Mutter ist ein 1-Euro-Schild, ey. Ey, das sollst du doch nicht in der Kamera. Das hab ich dir privat erzählt. Was? Jaaa, jaaa, aber irgendwann... Irgendwann reicht's mir, weißt du? Jaaa, aber irgendwann reicht's mir, weißt du? Irgendwann hab ich die Schlauze voll. Oh nein! So knapp! Oh, la 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 la. Mit dem dicken Geri, dem Jackpot. Wir machen doch das Finale, das machen wir dann irgendwie in drei Tagen. Ja, übermorgen. Ja, oder so, ja. Vielleicht noch nicht. Mal gucken, je nachdem wie wir Bock haben. Ach man, gönn doch du Hurensohn! Ah, das ist doch zum Kotzen. Oh nein. Egal. Ich stell mich so echt so davor, weil ich so männlich bin. Egal, auch zweimal. Oh ne! Okay, das war vielleicht doch ein bisschen hart. Alter, das Ding hab ich... das Ding hab ich so den ganzen Raum katapultiert, Alter. Ah, ich glaub das war ein bisschen hart, okay. Ey, man piss dich, du kleiner Hurensohn! Wenn du kein Sandwich bist, hab ich dir nichts zu sagen. Da kotzt du mich auch noch an, oder was? Wenn du kein Sandwich bist, hab ich dir nichts zu sagen. Oh! 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 Ist ja irgendwie von einem Ufer, oder so. Mag dich? Ja, also ist es ja... ist ja... ich hab damit kein Problem, ähm... Aber ich, ich, ähm... Ich bin, ich bin glücklich vergeben und ich möchte dabei auch bleiben. Das ist, äh... das ist mir ganz wichtig, das normal gesagt zu haben. Äh... Äh... Warte mal, was hab ich denn da im... Warte mal, was hab ich denn da im... Warte mal, die Pistole ist ja viel besser als die... Achso, ne Moment, das war die, ne? Ah, okay... Ich hab nen 10.000er Raketenwerfer, was zum Zweifel... Brauch ich noch irgendwas von dem was... Jawohl, die Shotgun... Nee... Nee, lieber nicht. Nee, das kann ich alles verscheuern. Äh... Weg damit... Hm, das ist ganz cool. Weg damit, weg damit... Weg damit... Weg damit... Wollst du ein 5.107x3... Äh... Raketenwerfer? Äh... Der klingt ganz ordentlich... Warte mal... Mit vierfachen Waffenzoom und... Verursacht... Echt mit dem Schaden. Heilige Scheiße! Ja, den versuch ich mal, dankeschön. Ist ja wild. Aber ich bin schon mal wieder... Vier Raketen frisst pro Schuss... Ist das absichtlich. Oh, nein! Next up! Jetzt wo ich die Maus ins Kabel angeschlossen hab... Geht's komischerweise. Seltsam. Ach, gönn doch, du Sau! Man, ey! Ich bin der Sauer hier. Hallo, drück doch... Ich drück doch schon eh. Ja, bei mir hat's irgendwie grad auch so ein bisschen geleckt. Ja, irgendwie... Irgendwie die sinkt hier was. Siehst du das? Die... Die Charaktere bewegen sich auch ganz komisch. Was ist das denn? Bei mir läuft der hier ganz normal zu sein. Und... Probleme mit dem Endeavor, oder? Eigentlich nicht. Mal gucken, was damit auf sich hat. Yay! Oh, nice! Was will ich zum ersten Mal... Sprich... Sprich dich aus, wenn ich zum ersten Mal will. Ich... Ich warp die ganze Zeit hin und her. Warte mal, irgendwas ist hier grad nicht richtig. Lass mich mal eben... Gucken, woran das liegen könnte. Tier war es runter? Nee, eigentlich nicht. Und der kann weg... Kann weg... Und weg. Kurz kann Speedtest machen, ob hier irgendwas nicht richtig läuft. Gib auf die E8. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Steel hat? Äh... Versuch nicht zu sterben! Ich... Ich sterbe schon nicht. Ja! Ex-Land-Soldat arbeitet für einen... Oh! Oh! Ja! Du, was meinst zu schlagen! Na, was ist? Los! Im Speedtest ist voll okay. Ja! Du wirst nicht unbedingt... Kann mal jeder... Waß? Warum langst du mir nicht was zu essen? Und du zeigst ja wie das geht, ah ja. Oh, jetzt sehen wir was anderes. Schön, wieder normal zu laufen. Sein Freund läuft, steht wieder da. Pullt ihr ihm durch die Fresse, alter. Wie ist der Giftzwerg denn, alter? Wenn ich jetzt so geboren wurde, hat der Arzog gefragt, wo ist der Rest von dem Bastard, ey? Wo? Ich muss sagen, er ist hartnäckig. So, jetzt pass mal auf, du intellektueller Restposten, ja? Glücksspiel ist nur was für voll... Ja, genau. Genau. Besser ist es. Besser ist es. Arschloch. Bah, die krieg ich immer nur 777. Das ist was zum Sonntag. Oh, doppelt Iridium. Nice. Ah, siehste, die Scheiße lohnt sich doch. Oh, Kirschen, Kirschen. Yo, was ist das denn? Okay, die muss ich ausprobieren. 1600er Assault Rifle. Ist halt bald wie ne Sniper, ey. Muss ich mal gucken, was das Ding so kann. Meine Morgie ist aber wies. Schade. 423er, aber ne, da ist ja meine Besserung. Bombe, ne, keine Bombe. Passt eine Bombe. Ach ja, Glücksspiel kannst du dich nicht machen, meine Freunde. Selbstmord übrigens auch. Ne? Guck dich, guck dich den hier an. Der, der, der weiß, der weiß, wovon er redet. Naja, ich bin da, ich bin, ich hab selbst untereinander die erfunden. Geil. Aber ich hab das salonfähig gemacht, ey. Oh, ne. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht, aber. Ja, du, ich, ich hinterfrag deine Geschäftsideen nicht. Das ist, das wird schon alles in der Richtigkeit haben, hoffe ich. Na, danke auch. Ja, ich wär ja dagegen, wenn meine Kunden sich selbst umbringen würden, weil, den Zaun nehmen wir nicht mehr. Da wär ich schon dagegen. Ja, das versteh ich. Aber sonst wär mir das egal, ne, aber. Ja, ja, ne, das wär schon nachvollzieh... Oh, nice. Ah, scheiße. Aber komm, wir können auch bei Iridium. Naja. Ja, aber schon dreimal einzeln, glaub ich. Och, Mensch. Ja, danke für nix, du Huren. Weil das Ding ist eben, wenn wir nachher sowieso wieder sterben, und unser ganzes Geld in den Arsch geht, kann man auch die Lokate Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Äh, ich glaube, äh, wie heißt die, Foxy? Ne, Moxy. Äh, Ding, die verdient ja dumm und dämlich. Haha, mit Sicherheit. Wie viele hunderttausend, äh, Dollar, wir hier schon reingebuttert haben in die scheiß Automaten, und das ist nicht mehr feierlich, ey. Mhm. Alter, 15 Minuten spielen wir da schon, ne? Äh, wir sind da gleich durch. Also mir geht langsam wohl die Kohle aus, als soviel hab ich nicht mehr. Ja, das ist... Wir haben Silvester, dann haben wir die Kohle aus. Ah, das ist... Boah, ich hab noch... Hm, ne Säure... Ne Säure-Rifle wäre das vielleicht was für dich, oder? Ähm, warte mal, verbraucht ne... Ne, drei Muni-Pushos, ne, kannst du gerne haben, wenn du möchtest. Ah, okay. Keine Ahnung, weil wenn ich nicht damit rumballer, dann ist das Muni gleich wieder alle. Ja, verstehe. Ich frag mich halt nach wie vor, wann das Hyperion Deathmatch noch kommt. Oh, fast Triple Iridium. Ja, ich kann's auch am Ende, das kann sein. Ja, das muss ziemlich am Ende gewesen sein. Ich weiß aber, wir werden bald drauf stoßen. Ah, scheiß mich an und nenn mich Hugo. Was? Das hab ich nicht laut gesagt, oder? Doch. Ah. Das ist belastend. Oh, ne! Ähm, damals, da äh, hatten wir die letztlich noch nicht, ne? Glauben nicht, ne. Ja, noch ne Bombe, perfekt. Ah, du hast beide aktiviert, ah, okay. Ja, und jetzt, obwohl du nicht da bist, kann ich ja mein Geld noch mehr aufm Kopf hauen. Das stimmt. Ich soll noch immer alles verscheuern, was ich nicht brauche. Oh, Spiel. Hier kann was schönes... Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Ah, le. Äh. Den behalte ich, die behalte ich. Können sie eh zum Aufnehmen, tut die doch mal eh. Gut, ich hab jetzt mal wieder 22.000, aber das reicht jetzt auf jeden Fall erstmal. Bisschen Geld zu behalten ist nicht schlecht. Ich guck doch mal, ob ich noch irgendwas mit Iridium kaufen kann vielleicht, das wär ganz cool. 51. Raketenwerfer, Muni. Das wär nicht ganz gut, ne? Machen wir. Ein letztes Mal noch, und das ist gut. So, ich hab meine Raketenwerfer, Muni, jetzt auf. Oh, ich hab noch ein bisschen Iridium geholt. Ach komm, wir Sword Rifle noch. Ja, ich. Der Rucksack? Ne, Sword Rifle. Ich hab jetzt 24 Raketen, das ist eigentlich ganz geil. 24 Raketen. Genau. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Fangen wir an zu beten, ich schieß mit Raketen, so'n Ding ist das. Sei vorsichtig da draußen. Halt. Hat da Monsterraketenwerfer hier? Ich weiß noch, wie Banditen unser einziges Problem waren. Ich hab nicht ewig Zeit, Skaglecker. Nee, egal was du kaufst, aber kauf was. Ich werd schon mal anfangen mit den Leuten zu reden nebenbei. Okay. Tennis Z Scooter. Wenn dich jemand fragt, das hast du gefunden. How much is the fish? Haha, danke für das Iridium, du Pfeife. So, die ist unten. Na, brauchst du dich natürlich. Obwohl ich normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Bitte was? Ich habe nur zwei Worte für dich. Die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack! Hier, das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Plus 32 Gesundheit. Hast du das jetzt auch, ja, ne? Äh, ne, ich glaub nicht, aber es ist nicht schlimm, weil meins hat ja auch noch Plus Regeneration. Achso, sonst kannst du das gerne haben, ne? Ne, alles, alles gut. Ich bin, ich bin versorgt. Ich habe auch Plus 30 und Plus 7,9 Kämpfe in mein Leben beim Beispiel. Warum solltest du gegen das eintauschen? Das ist übrigens die größte Scheiße gewesen, die ich jemals gesehen habe. Danke, tschüss. Warte, was bringt mir mein, ähm, gut, mein Schutzartefakt macht mein Schild besser, ne? Ich glaube, ich brauche eher Schild als Gesundheit, von daher ist das schon okay. Rede mit Claptrap, äh, nein. Also machen wir als letztes. Erstmal die anderen Klatschpappen. Wir reden nie mit denen, ich möchte mit denen mit denen. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das kannst du behaupten. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen und es wird Zeit, dass er bekommt, was er verdient. Ja. Oh, ein Schild? Okay. Hm, ist er besser als meiner? Ja, ist er. Du willst mal sagen, hat er aus deinem Haus gefeuert. Wenn ich so gefeierst, oh Gott, tschüss. Perfekt. Guter Bischof liest du bei uns. Elli! Was? Oh, hey Mann! Elli und ich haben gerade über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf nem Spieß mit. Haha, okay? Was Guter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers ausführen und Nachos daraus essen. Boah, kann man machen. Oh, ich hab dich fast vergessen. Elli und ich haben was für dich. Hoffe es hilft. Willst du? Naja, kannst du haben. Ja, aber kann ich nix anfangen. Ich hab' wir auch an. Ich hab' noch ein paar Spinde. Mal gucken, ob ich noch was drin ist. Rede mit Moxie, Markus. Oh, das sind noch mehr Leute. Moxie, Markus, Hammerlock. Okay, let's go. Machen wir die erstmal. Können wir die nicht einfach anrufen bei Echo? Weil ja noch ein Schildes Echo. Warum geht das nicht? Das stimmt eigentlich. Aber je länger wir Claptrap hinauszügen können, desto besser, würde ich sagen. Dementsprechend hab' ich's eigentlich nicht so eilig. Glücksspiel und reden. Das ist doch ein Glücksspiel. Glücksspiel kannst du dich machen. Nehmen wir erstmal mit Moxie. Ich mein, die war immer mit Jack zusammen. An dem Moment hier ist Markus. Egal, reden wir's mit Markus. Wer hat denn noch ne coole Waffe vor uns oder so? Wobei, ne, der gibt uns nix gratis. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ich will ihn tot sehen. Weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Viel Glück. Hier. Kannst du vielleicht brauchen? Uh. Na ne, die ist nicht so doll. Willst du? Okay. Lens Männer? Achtung. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Army wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lands anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, das war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Army beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Seid ihr bereit? Ich habe langsam genug von diesem handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Hier, ich habe was für den. Gehen wir zu? Hm, okay. Wir sind keine Freunde. Wir haben ja auch was sagen. Das willst du doch so bestimmt haben. Ja, ich probiere die Maus. Dachte ich mir doch. Oh Gott! Töte Jack! Töte Jack! Töte Jack! Töte Jack! Töte Jack! Töte Jack! Das war ein Gedicht von Tiny Tina. Na gut, also ich würde sagen, auf jeden Fall ist die Message klar. Oh Gott, ey. Ist schon cool, irgendwie. Rede mit niemandem mehr. Okay, wir müssen mit niemandem mehr reden, das muss ein Bug sein. Ich glaube, wir können jetzt schon zu Jack. Ja, schön wär's. Halt die Sache! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Halt die Schnauze!